Hallo und willkommen zu Stefan Käse. Ich hatte ja versprochen, dass ich in eine Kirche gehen würde und wie der Heinrich sagte, einen Schritt auf Jesus zu gehen. Also bin ich in die Kirche, habe eine Kerze angezündet, habe dann gesagt, okay, Jesus, hier bin ich und ich mache genau das, was mir gesagt worden ist, nämlich einen kleinen Schritt auf dich zu gehen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass du einen kleinen Schritt auf mich zu gehst. Genau das habe ich getan, bin also in die Kirche, habe die Kerze angezündet. Jetzt ist leider, habe ich vergessen, dass ich kein Ansteckmikrofon habe, weil ich ja selten außerhalb irgendwas aufnehme. Deswegen ist das ein bisschen leise, aber ich hoffe, man kann es ein bisschen verstehen, aber viel habe ich ja nicht gesagt. Dann habe ich ein bisschen Zeit da verbracht, aber dann wurde mir langweilig, ist nichts passiert, die Kirche war zu. Da konnte man also nichts sehen, nicht rumgehen. Ich hätte das gerne mal von innen gesehen, aber gut, war alles zu, obwohl Sonntag war. Dann bin ich wieder gegangen, bin nach draußen, habe auch geguckt, ob die Wolken jetzt irgendwie Jesus buchstabieren oder sowas, aber das sah alles normal aus. Also nichts Außergewöhnliches, kein Zeichen, kein Jesus, kein nichts. Ich habe noch überlegt, am besten wäre es, als ich dort gesessen habe, wenn dann die Tür aufgegangen wäre und Jesus auf der anderen Seite gestanden hätte und gesagt hätte, okay, komm rein, mein Sohn, wir müssen uns mal zusammensetzen, wir müssen mal was besprechen. Ist aber nicht passiert. Deswegen hier nur die paar Minuten, die ich da halt gesessen habe. Und das war es. Ich warte jetzt, ob da jetzt irgendwie, irgendwann noch irgendein Zeichen oder sonst irgendwas kommen sollte, obwohl mir eigentlich Daten, Fakten, Informationen lieber sind als Zeichen, die ja etwas Beliebiges sein können und auf Einbildung oder Halluzinationen oder sonst was beruhen können. Bis dann. Okay, so, ich bin jetzt hier an der Kirche angekommen. Das ist hier das Kirche im Fahrrad. Und jetzt wollen wir mal gucken, ist das hier offen? Nö, hier ist zu. Es ist Sonntag und die Kirche hat zu. Ich dachte, Kirchen haben offen. So, es ist Sonntag. Ich bin also hier an der Kirche. Wie sich das gehört beim Fahrrad? Mal gucken, hier scheint offen zu sein. Okay, hier sind die Kassen. Also, die Kirche hat zu, aber krach machen tut sie. Aber wieso hat denn die Kirche Sonntags geschlossen? Das ist ja irre. So, es ist ein ausgemärmelter Typ. Und hier darf natürlich, oh ja, der Leidende darf natürlich nicht, ach wunderbar haben sie das gemacht hier. So richtig schön. Na ja gut, also, dann stelle ich das mal auf und zünde eine Kerze an. So, jetzt habe ich doch irgendwo hier Feuerzeugen und eine Kerze. Ich habe sie extra mitgebracht, aber ich dachte, ich müsste die hier kaufen. So, was mache ich jetzt? Stelle ich die hier hin? So, jetzt habe ich hier eine Kerze. Und jetzt gucke ich hier rein. Und sieh halt in den Altar. Aber der Sonntag hat sie ja alles zuhört. So, jetzt sitze ich hier. Ich habe die Kerze abgezündet. Und was soll ich jetzt sagen? An Jesus hier nenne ich, ich soll einen Schritt auf dich zugeben. Okay, tue ich. Ich habe jetzt getan. Ich bin jetzt hier in meiner Kirche. Habe die Kerze angezündet. Warum? Und jetzt gib mir bitte ein Zeichen, dass du existierst. Weißt du, wenn ich noch einen Schritt, du machst einen Schritt. Ich mache einen kleinen Schritt. Wenn ich schwitze, dann bin ich im Fahrrad. Schön, dass ich heute wundervolle heiße, ich bin schon gut. Aber sonst, das sehen wir jetzt hier auch nicht. Wenn jetzt das nicht gerne rausgeht, ich glaube, es ist eher darauf zurückzuführen, dass ich mich bewege. Also nicht an und aus von alleine ist, glaube ich, kein Zeichen. Was wäre denn ein Zeichen? Ja, wenn es sich nicht schwer aufgeben würde von alleine, dann würde Jesus stehen und sagen, komm rein, mein Herr. Ich will euch dir nur erzählen. Das wäre ein Zeichen. Aber der liegt ja da, schwer verwundet oder sogar tot. Und der liegt nur ein Zeichen. Und der liegt nur ein Zeichen. Aber das wäre mal ein Zeichen. Wenn jetzt das alles passieren würde, tut es aber nicht. Mir passiert relativ wenig. Es ist nur eine LED-Kerze, ein paar Stadion, ein paar Bilder. Ich weiß, da muss ich nur jemanden sagen, die Seelen außen sind verschleiert. Wo spielen die Frauen? Das stimmt ja gar nicht. Weil die zeigen sowohl Haare als auch Hals. Das ist alles schon ein bisschen runtergekommen hier. Ich weiß nicht, ich habe das mal geschildert, die ich noch mal so drüben kann. Auf jeden Fall ist er alt. Ach und hier, stell dir die Kerze zur Verfügung. Die Jungs wollen also nicht verzahlen, sondern die werden gespendet. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich hier. Ich fühle mich. Das weiß ich nicht, ich habe jetzt nie gekauft, wenn ich noch nicht hier sitzen würde. Das sieht ja immer gut aus. 4. 1. 2. 3. 5. 5. 6. 5. 10. 11. Ja, Jesus, was ist los? Bist du beschäftigt mit dem Römerkorn? Was der Beruhigung für Leute kümmert sich? Ich, nicht kleiner, kleiner Typ. Aber Jesus erschreckt nur mit denen, die sowieso an Jesus glauben. Warum nicht von mir, den ich nicht brauche? Das wäre doch noch gegen. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch hier soll. Also die Kerze, die ich mitgemacht habe, die brennt. Das macht ja auch vier Stunden. Ich glaube, das sind vier Stunden wieder zu. Aber ich sitze jetzt nicht vier Stunden hier. Tja. 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 Ich probiere es am Freitag mal in der Moschee und gucke mal, ob da der Gott der Muslime besser drauf ist und mir ein Zeichen geben kann. Ciao, von au.